Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was, schon wieder kein Matchmaking? Wie, bitte? Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich konnte noch kein Matchmaking aufnehmen. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr es mitbekommen habt, dass ich gestern den ganzen Tag kein Internet hatte. Beziehungsweise zumindest den ganzen Tagsüber Tag. So, von ungefähr 9 Uhr morgens bis... Jo, lass es 19 Uhr sein. 18.30 Uhr vielleicht. Hatte ich kein Internet. Das war natürlich höchst spaßig, denn ich war eh schon im Rückstand. Also was Aufnehmen angeht, was Kommentare beantworten angeht, alles. Ich war oder bin nach wie vor sehr im Rückstand. Und konnte diesen Rückstand dann auch gestern somit nicht aufholen, was extrem ärgerlich war. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ärgerlich. Das Video kam auch drei Stunden später, weil ich ja erst abends ein Internet hatte. Und das war dann wirklich ein Riesenspaß. Echt ein saublöder Tag. Der Tag war einfach verschenkt. Also es hat sich sehr verschenkt oder halt verdödelt angefühlt, dieser gesamte Tag. Weil ich meiner Arbeit nicht nachgehen konnte. Sehr ärgerlich. Ich hätte sehr gerne ein Paar Matchmaking aufgenommen. Also, dass ich direkt eine gute... Alter... Ich bin doch eh gleich da und es killt mich endlich. Verdammte Scheiße. Also, ja, ich hätte gerne ein Paar Matchmaking aufgenommen, damit ich einfach wieder was auf der Pfanne habe. Aber, ja, ihr habt es ja mitbekommen. Kein Internet, die Telekom hatte Probleme. Das war einfach ein Riesenscheißhaufen. Ich habe den ganzen Tag versucht, das wieder hinzubiegen. Man weiß ja erst mal nicht, woran das liegt. Das heißt, ich habe erst mal den ganzen Tag hier rumgewerkelt. Die Kabel überprüft. Alles raus, alles rein. Router neu gestartet. Ich war kurz davor, den Router komplett neu zu resetten. Zum Glück habe ich es nicht gemacht, weil das schon ein kleiner Haufen Arbeit ist und nicht wirklich nötig gewesen wäre, weil es ja nicht an mir lag. Aber natürlich gehe ich grundsätzlich davon aus, dass der Fehler bei mir liegt. Und ja, ich habe dann irgendwann von der Telekom erfahren, dass der Fehler bei Ihnen liegt und es ungefähr um 19 Uhr wieder geht. Da war ich erst mal sehr erleichtert. Oh, fuck. Aber nichtsdestotrotz war es halt auch ärgerlich, weil ich nichts machen konnte. Also einfach nur die Zeitverschwendung des Todes gestern. Ich habe gute vier Stunden versucht, das wieder zu regeln. Weil man ja erst mal denkt, das könnte an allem Möglichen liegen. Dann habe ich mir noch überlegt, fuck, was mache ich? Wer weiß, wie lange das nicht geht? Muss ich jetzt mich hier... Oh, fuck. Muss ich mich jetzt darum kümmern, dass ich das alles über das Handy hochlade und so weiter und so fort. Ich habe dann gestern vier Gigabyte Datenvolumen verbraucht, weil ich meinen Scheiß halt eben über die Handyleitung hochladen wollte. Was aber auch nicht gescheit ging. Ich hatte 30 Prozent oder sowas. Naja, das war einfach... Das war einfach ein räudiger Tag. Also was das anging. So an sich habe ich schon... Ach komm, Leute, ich wollte da rein. Die Scheiß-Tür hat mich geblockt. Also an sich war es schon eine ganz coole Sache, weil ich dann halt am Hof und Haus weitergearbeitet habe. Und wir haben uns letztens einen Häcksler besorgt, weil wir einen riesigen Berg Grünabfälle haben. Da habe ich einiges weggeräckselt. Das macht schon echt Spaß. Das ist eine coole Sache. Aber arbeitstechnisch gesehen war das schon echt... Öh. So ein leicht unproduktiver Tag. Ne, nicht leicht. Das war ein... Ach komm, hockst du in der Ecke, du Pimmelnase? Da, B. Wer macht denn sowas? Jetzt habe ich ja noch die Kills geklaut. Oh, super ist das. Super ist das. Wollen wir mit deiner Bank jetzt? Ha, ha, ha. Hi, hi, hi. Ho, ho, ho. Messie, bleiben Sie stehen. Hier. So, ich bin noch ganz vorne, aber das kann sich natürlich sehr schnell ändern. Gerade jetzt, wo alle... Oh Gott, oh Gott. Von wo wird denn da hergeschossen? Gerade jetzt, wo alle diese Ultrabommen haben und ich nur eine kleine Pistoletta. Aber gut, ich bin natürlich auch der Pistolkönig, ne? Das ist klar. Da ist einer. Da ist es meiner. Ach komm. Ich hasse es hier hochzugehen mit der Pistol. Das ist aber nicht meistens nicht so erfolgreich. Hallo, Messie. Nein, nein. Ha, ha, ha. Oh, fuck. Da kommt einer. Und weiter geht's. Oh. Das war ein Feind. Okay. Der eine ist ein zweiter als ich. Das fass ich nicht. Ja, also es tut mir, wie gesagt, hier nochmal leid an der Stelle, dass ich es nicht geschafft habe, für euch ein Matchmaking aufzunehmen. Aber keine Sorge, morgen sollte dann eins kommen. Ich kann dann heute Nacht schön... Ne, heute Nacht ist es streamen. Leute, heute Abend ist Livestream. Ab 19.30 Uhr geht die Party los. Vielen Dank, dass so viele gesagt haben, sie helfen dabei, die Partnerschaft zu ergattern. Richtig edel von euch. Dankeschön, dankeschön. Nein. Oh no. Oh. Ah, fuck. Ja, es ist echt ultra nice. Also wir brauchen 75 Zuschauer im Schnitt für die nächsten oder, ja doch, für die nächsten 30 Tage. Das sollten wir irgendwie schaffen. Wenn einfach jeder von euch, der Zeit hat, den Stream nur anmacht, ihr müsst ja noch nicht mal schauen. Einfach nur, what the fuck, geht? Einfach nur anschalten auf dem Handy oder auf dem Tablet oder auf dem PC oder auf dem Fernseher, was weiß ich wo. Damit es so ein bisschen die Zuschauerzahlen hochtreibt. Vor allem, wenn wir mehr Zuschauer haben, dann gucken auch wiederum mehr zu, weil wir höher gelistet werden. Ja, also, shit, ich verliere. Ich kriege das wieder nicht gebacken, ey. Ich bin echt eingerostet. Wisst ihr noch früher? Jedes Spiel war ein leckeres Window. Jedes. Ne, nicht jedes, aber viele. Ja, was ist mit dir los, Andreas? Wer ist der andere, der, der, der? Naja, wir sehen uns dann später im Livestream. Es gibt jetzt noch einen kleinen Skin für euch. Einfach mal was geiles, so. Was kleines Leckeres. Kann ich jetzt schon raus? Ja, ne? Und zwar gibt es hier, komm, so eine leckere CZ-75 Twist. Guckt euch die mal an. Ist die nicht geil? Um die zu gewinnen, erwähnt ihr einfach beiläufig in eurem bereits bestehenden Kommentar eine Zahl, egal welche. Es muss aber bereits ein Kommentar da sein. Und ihr könnt das in den Kommentar einbauen oder dahinter schreiben, aber nicht nur alleine, sondern irgendwas mit einer Zahl halt. Ich esse gerne fünf Kartoffeln oder gestern habe ich dreimal geschissen oder irgendwie sowas. Ja? Denkt euch was aus. Der Gewinner wird dann von mir in ein paar Tagen einfach angeschrieben. Hier unter diesem Video. Also ich antworte generell jedem. Aber dann kommt irgendwann auch eine weitere Antwort bei einem. Von wegen, du bist der Gewinner. Gebetetrading. Okay, so sieht's aus. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Totscha.